Senderfreies Berlin Nachrichten Die Bundesrepublik und die DDR verstärken mit Beginn des neuen Jahres ihre Zusammenarbeit mit dem erklärten Ziel einer Vertragsgemeinschaft. Und Menschen aus Ost und West am Brandenburger Tor in Berlin sind von einem schweren Unglück überschattet worden. Etwa eineinhalb Stunden nach Mitternacht brach auf Ostberliner Gebiet das Metallgerüst einer Videowand des DDR-Fernsehens unter der Last vieler junger Menschen zusammen. Sie waren trotz eindringlicher Warnungen auf das Gestänge geklettert, um so auf das Brandenburger Tor zu gelangen. In einer Zwischenbilanz ist von 135 Verletzten die Rede, die in Krankenhäusern beider Teile der Stand behandelt wurden. Rettungsmannschaften aus Ost und West hatten sich gemeinsam an der Bergung der Verletzten beteiligt. Die Scheiße ist aber hart, Dirk. Erklärung Щ idee... Rettungsmannschaften aus Ostin Hitler Das war's für heute. Das ist eine große Herausforderung. Ja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020